Hey Neuer, komm rein und setz dich. Okay, wir haben hier einen kleinen Disput, okay? Craig und Tweak wollen die Therapie nur machen, wenn du dabei bist, Neuer. Okay, also, Craig, was möchtest du Tweak sagen? Ich glaube, er sollte eher mir was sagen. Okay, okay. Tweak, willst du anfangen? Wenn er so zickt, hab ich ihm nichts zu sagen. Okay, okay, Neuer, magst du dich dann vielleicht dazu äußern? Okay, das läuft nicht gerade gut. Okay, Jungs, wie wär's mit einer Übung? Ein paar Kinder unterstützen uns dabei. Bei einer Therapie müssen wir erst einmal unsere Verbitterung loswerden. Okay, also, raus mit der Verbitterung. Komm mal her, komm her, Verbitterung. Okay, und in einer Beziehung haben wir auch noch Erwartungen, okay? Denn Erwartungen führen zu Verbitterung, was natürlich Vorwürfe mit sich bringt. Kommt mal raus, Vorwürfe, okay? Und das alles endet natürlich in Quälereien und Abschottung. Ihr müsst also lernen, das alles zu überwinden, okay? Seid ihr bereit? Fertig? Haut ihn aufs Maul! Da sind sie! Tweak, Craig, rügelt ihnen die Scheiße raus! Du auch, Neuer! Das wird ein heißer Tanz! Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Hau rein, Neuer! Ja, rächtig an dem Scheiße! Puh! Gutes Gefühl, weißt du? Das Wetter schlägt um! Schockierend, was? Geri, schnapp dir das Arschloch! Wie kann man nur so taugt sein? Mikro-Aggression! Schlag ihn! Verdammt! Niemand braucht Erwartungen! Jetzt werden wir von Quälereien tyrannisiert! Achtung, Quälereien packen miese Tricks aus! Ja! Ein zum Weniger für die Bösen! Und schon wieder Verbitterung! Mega-Faust-Touch-a-Ru! Hier kommt Abschottung! Danach geht's keinem mehr gut! Ich leg dich auf Eis! Lahm! Nein, du bist lahm! Du bist der lahmste Lahmarsch aller Zeiten! Das war auch lahm! Scheiße gelaufen, Neuer! Verbitterung schlägt zu! Mega-Faust-Touch! Wie schmeckt dir das, Abschottung? Meinst du? Ah! Und wie reagiert man auf Abschottung, wenn jemand emotional nicht zu erreichen ist? Ich würde dir mal reinhauen! Du trau' auf deine Instinkte, okay? Erwartungen wird man nicht so einfach los! Es gibt immer noch mehr! Oh Gott! Ah! Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr alle Erwartungen eliminieren wollt, okay? Tweak, er hat recht! Hä? Wir werden diese Erwartungen und alles andere nur dann los, wenn wir es zusammentun, verstehst du? Craig! Craig, lass es uns tun! Ein Sturm, zieh auf! Ein Sturm, zieh auf! Das war wundervoll, Jungs! Jetzt mach den Rest fertig, Mkay! Oh, du kommst nicht davon, Abschottung! Mega-Faust-Klang! Geschafft! Was jetzt? Geht's euch nicht besser? Doch, irgendwie schon! Mir auch? Mkay, komm! Jederzeit immer wieder, wenn ihr Therapie braucht, Mkay! Das war's, dann danke für deine Mithilfe, Neuer! Ja, fickt euch Erwartungen! Danke, Wunderarsch! Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir wollen es beide versuchen! Komm, Craig! Ich hol deinen Laptop! Es ist unser Laptop-Tweak! Das war's. Die Weihnachts... Ich spüre Chaos im Anmarsch. Ich mag, wie du Chaos stiftest. Was? Sechsklässler können nicht sterben! Wir sind unsterblich! Dich mach ich fertig, Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Meine Sturmwinde soll nicht bestrafen! Donnerstag! Die Unwetter fordern weitere Opfer! Ich bin jetzt dran! Kaum zu glauben, dass ich nie Kampftraining hatte! Hier kommt Mysterium! Ja, fühle, wie das Chaos dich durchdringt! Macht euch auf Schmerz gefasst! Fühl was raus! Geschieht dir recht, du Arsch! Ich bin dran! Ich bin dran! Kleine Erfrischung! Schell mal kurz, okay? Lass dich mal kurz! Lass dich mal kurz, okay? Los geht's! Los! Der Sturm ist vorüber! Gewonnen! Ist es Zeit für Blitfreak? Renn lieber schnell! Wir sehen uns! Da kommt wohl der Arsch! Hier rüber! Hör mal! Das ist eine sehr wichtige Mission! Bist du bereit dafür? Hey, wird's weit? Los geht's, Freedom Pals! Wir sind zur gemeinnützigen Arbeit hier! Oh toll! Alle mal herhören! Hier sind ein paar Kinder, um uns ein Städtchen zu bringen! Was? Wer ist da? Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht! Und wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach! Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Ihr seid scheiße! Tut uns leid, das Kind da ist neu! Ich spiel gern auf der Triangel, die Triangel macht! Puh! Die Mandoline spiel ich auch und bei der klingt das! Wenn ich einmal traurig bin, dann macht sie einfach! Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Runter von der Bühne! Die Mandoline spiel ich auch und bei der klingt das! Ich spiel gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht! Ich spiel gern auf dem Flügelhorn, das Flügelhorn macht! Wenn ich einmal traurig bin, dann macht es einfach! Das macht mir Mut! Das macht mir Spaß! Das macht mir Spaß! Moment! Dieses Kind da ist der furzende Selbstjustizler aus den Nachrichten! Hä? Das ist das Kind, das mit den Drogen in der Stadt aufräumt! Der Selbstjustizler will unser Paracetamol! Was? Hä? So viele angepeste alte Leute! Oh Mann, wir müssen zum Ausgang, Freedom Pals! Ich bin wieder da! Oh Scheiße, was macht ihr denn jetzt? Gute Nachricht, ich habe einen Schild! Okay, ciao! Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch! Hier kommt Wundertweak! Blitz und Donner! Au! Ich stehe unter Strom! Das ruiniert mir doch nur wieder die Frisur! Ich werde einen wütenden Leserbrief wegen euch an die Zeitung schicken! Das muss weh getan haben! Oh Scheibenkleister, noch mehr Großeltern? Zug gelöscht! Jetzt gibt's maximales Chaos! Noch einer erledigt! Zielsysteme online! Noch einer erledigt! Zielsysteme online! Ich war früher mal Nonne, ihr Wichser! Ich war früher mal Nonne, ihr Wichser! Mein Sturm zieht auf! Die Tortenstarre setzt ein bisschen früher ein! Schwester! Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos! Geil! Geil! Ich misch sie jetzt auf! Super Tornado aktiv! Ja, das schaffen wir Leute! Für Liebe und Gerechtigkeit Wondertweak! Donnerlitzchen! Ich brauche meine Tabletten! Ah, da kommen noch mehr von ihnen! Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich! Ah! Aber, aber! Es ist nicht sehr nett, Oma zu hauen, Polly! Ah! Da kommen noch mehr von ihnen! Ah! 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 Oh Gott! Ah! Ich registriere Starkflug zu ihren Vitalwerte! Hier komm ich Leute, macht Gott! Ah! 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 Mir ging's auch schon besser! Hierher! Prügeln sie ins nächste Jahrhundert! Ah! Ah! Gut gemacht! Ah! Oh ja! Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß die Prögelstrafe doch gemacht hat! Hier blitz ich einen! Das ist nicht gut für die Pompe! Da! Oh je! Kann mir jemand einem Kübel reichen? Oh ja, CD-Wand Power! War das fest genug, um dir Anstand einzubläumen? Leute, wollt ihr meinen hammerndes Chaos sehen? Der ist cool! Chaos! Los jetzt! Topa-Mech-Upgrade bereit! Topa-Mech-Upgrade bereit! Topa-Mech-Upgrade bereit! Topa-Mech-Upgrade bereit! mercy Autsch! Ah! Da kommen noch mehr von ihnen! Wo hat der Tweek? Feind am Boden! Ah! Da kommen noch mehr von ihnen! Echt gut gemacht! Aggressor neutralisiert! Ah! Da kommen noch mehr von ihnen! Gah! Ah! Da kommen noch mehr von ihnen! Unserer Überlebenschance beträgt 90,6 Prozent! Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Oh, ich hätte vorher noch mal für kleine Jungs gehen sollen! Ah! Ah! Verflixt! Ah! Da kommen noch mehr von ihnen! Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals! Aha! Verflixt! Ah! Da kommen noch mehr von ihnen! Recht bewahren unschuldige Schützen! Recht bewahren unschuldige Schützen! Geerechtãoskundige Schceptrücke Du hast irgendwie Gebrauchsspuren! Wie schmeckt dir das? Oh, mein Hörschrittmacher, spinnt. Du siehst mitgenommen aus. Ah, da kommen noch mehr von ihnen. Zug gelöscht. Bleib liegen, Drecksbalk. Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache. Puh, wir haben's geschafft, Leute. Doug, hier Mysterion. Mission trotz Problemen erfolgreich. Gute Arbeit, Leute. Ich gratuliere dir. Du bist jetzt Mitglied der Freedom Pals. Begleite uns heute Abend auf die Mission zum Polizeirevier. Die Polizei kassiert Schmiergeld von Southparks neuem Unterweltkönig. Das stimmt. Auf dem Revier können wir vielleicht rausfinden, was hier gespielt wird. Willkommen im Team. Bis heute Nacht. Erzähl niemandem, dass wir zum Polizeirevier gehen. Alter, das war geil, Neuer. Achtung, Kuhnfreunde, alle sofort zum Kuhnversteck. Wir wissen jetzt, was die Freedom Pals wissen. Alle Kuhnfreunde zum Kuhnversteck. Super Arbeit, Arschlott. Ist es Zeit für Blitzfreak? Läuft gut, Wunderarsch. Bis dann. Ich bin es, Professor Chaos. Äh, ich hab da ein fettes Problem. Ich hab doch diese ganzen Migranten-Lakaien. Naja, und irgendwie kann ich die nicht mehr bezahlen, weil du meine Pläne vereitelt hast und ich so kein Geld verdiene. Und jetzt sind die Lakaien ganz schön angepisst. Treffen wir uns auf der Bank, wäre ich dir voll dankbar. Chaos, Ende. Ich helfe dir gern mit meinen Sidekick-Fähigkeiten, wenn du möchtest. Professor Chaos gehört jetzt zu deinem Team, dann sind wir auch Freunde. Danke, Neuer. Ich seh dich auf Kunstagram. Ist es Zeit für Blitzfreak? Rechtschaffen. Bitte schön. Bitte schön. Na, lass ich dich in die Bank rein. Sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Äh, was machst du da unten? Ha, 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 ha. Glaubst du vielleicht, das hilft die... Oh, oh. Geiles Ding. Unfair. Du hast ja echt Superkräfte im Arsch. Ich muss weg. Wunderasch ist hier. Sehen Sie, da ist er. Danke, dass du gekommen bist. Ah, diese Person soll also mitunterzeichnen? Richtig. Ich hab ein paar Lakaien angestellt, die mit mir die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für Sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das Ihr Freund sein Haus an eine Übersee-Investment-Firma verpfändet. Und futsch! Äh, futsch? Das Haus Ihres Freundes ist futsch, gehört einer Firma in Hongkong. Danke, schönen Tag noch. Äh, aber ich wollte nur meine Lakaien bezahlen und nicht meinem Freund das Haus kosten. Ja, Sie kennen sich nicht gut mit dem Wirtschaftskram aus, will Ihr Freund mal. Ja, spiel du neuer. Lirum larum, Löffelstiel, wer nicht wagt, gewinnt nicht viel. Jetzt du! Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steige auf die nächste Ökonomiestufe. Gehst du bankrott, steigst du ab. Oh Mist, was passiert jetzt? Soja-Terminwaren. Agiles Investment-Bonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Ein Bonus im Spiel. Du hast es geschafft. Puh! Wir haben einen Gewinner. Diese Kinder haben ein Darlehen über 80.000 Dollar erhalten, um Lakaienarbeitern ihre Löhne zahlen zu können. Auch sie können gewinnen. Versuchen Sie es einfach. Hier ist euer Schäck. Wow, vielen Dank. Du hast das echt gut drauf. Komm, bringen wir das zu meinen Lakaien. Sorry, aber mit jemandem mit deinem Einkommen lasse ich mich nicht in den sozialen Medien blicken. Da sind sie. Die Arschlochkinder, die die Einwanderer eingestellt haben. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere... Sie klauen unsere Job. Oh nein, oh nein. Moment. Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahn und ihrer Sexualität und so. Nein, das sind die anderen Kilken. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Oh, dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Kommt, Jungs, zeigen wir Ihnen ein paar amerikanische Lakaien. Apropos Lakaien. Er nimmt unseren Lakaienjob weg. Und hier hat unerhopp. Das ist doch scheiße. Dein Arsch platzt gleich wie meine Schecks. Jihau! Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen. Mikroaggression! Schlag ihn! Feuer schlecht! Feuer malo! Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch! Sorry wegen des Zugs! Auto! Los, hopp jetzt! Ich hab noch was vor heute! Okay! Hey, lasst ihn in Ruhe! Das Wetter schlägt um! Blitzzeit! Alles aufwachen, Leute! Kein Wunder, Arsch! Es schieht dir recht, du Arsch! Es ist soweit! Chaos, kommt euch holen! Absolut wachensicher! Zeig keine Schwäche! Híjole, que son pequeños y combativos! Ein Sturm, zieht auf! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! Haya! Ohne Groß hätten wir's nicht geschafft! Gleich herrscht Chaos! Mann, ich hab echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Larkain-Jobs für die hab! Aber nochmal danke! Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte! Wär doch cool! Tschüss! Tschüss! Spass Untertitelung des ZDF, 2020